jetzt hier gewitter und wetter ich komme zu euch geschwebt geflogen gelaufen so welche waffe ist denn nun die beste ich hab vielleicht nichts schaden mäßig da ich würd sagen die ist vielleicht auch mal okay wartet auf mich wartet auf mich ich hab das vorhin falsch benutzt das trampolin deshalb bin ich abgelost wo sind denn die alle nur 132 spieler verstehe ich wo sind denn die alle müssen doch mal von 100 spielern auf der großen map ist da ist einer alle das ist ein paket geschenkt wahrscheinlich leute wartet auf mich okay was ist denn die nebenführung schnickschnack keine ahnung auf jeden fall haben wir gut aufgeholt jetzt müssen wir zusammen bleiben alleine ist ich helfe dir okay next kaputt machen okay ich bin unterwegs wartet auf mich bäume fern guck mal diese riesen bäume ist auch ein bisschen sehr naja realistisch nicht so aber naja ist egal ich weiß gar nicht wie die auf diese riesen bäume kommen überhaupt man sieht dass es auch naja ich sag mal nicht kopiert ist aber da fehlt halt noch ein bisschen das physische also die bäume müssen sich bewegen guck mal was ist denn da auch komisch ist das mein leben was heißt denn das hier unten hä hä was ist denn das hä komisch hä was ist das ähm hab ich euch nicht mir zu hoch wer es weiß der soll es mir in die kommentare schreiben ich weiß es ist echt was das ist was ist das honeymoon scheißer da mir die wäre es sehr schön die war dann Lalalalalala Lalalalalalalalala Also, wir haben schon überlegt Wer schießt, wer schießt, wer schießt Oh ne, schießt keiner Hannemis Was hast du gesagt? Hä? Wie sie alle lachen an, gleichzeitig. Au, au, au. Wo sind meine Freunde? Hä? Lass mich mit rein. Ah, shit, Leute. Ja, das war mich mit rein. Hey? Kulig, danke dir. Kippe. Yo, yo, yo. Alter, schuld, kippe. Ja, hier ist die Best. Ja. Los. Ai, da. Jongens. Ich gebe euch nur. Ich gebe euch nur. Ich gebe euch nur. Ich gebe euch nur. Das ist halt so. Shit. 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 Ist das Deutsch oder Englisch? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie der spricht. Wieso kann der sprechen? Shit. Ahm. Bist du Deutsch oder Deutsch? Sprich der Deutsch oder Englisch? Nun, ich weiß es nicht, Leute. Shit, ist Deutsch oder Englisch? Ich weiß es nicht. Jawoll, das war es. Dankeschön fürs Spiel. Bis dahin Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.